Brot und Käse, das ist Fondue, wie sie es gehört. Und weisst du, was das Beste ist? Tomatenfondue mit viel Knobel. Aber hast du da Salat drin? Oder was ist das da? Trüffeldenk, das Beste findest du nicht? Nein, mit Aromat ist noch viel besser. Sag ich doch, ganz klassisch, das Beste. Ein bisschen stinken muss es, in der ganzen Schweiz. Coop, für mich und dich.